Willkommen beim Whisky Nerd und heute stehe ich, wie ihr seht, vor den selbst gebastelten Winterdorfen meiner Frau und heute geht die Reise wieder nach Japan und wir sind wieder bei Spirits Land und heute geht es um den Kayo Peated. Der Kayo Peated wird mit 46% abgefüllt, lagert seine ersten zwei Jahre in Madeira-Fässern und kommt anschließend in frische Mitsunara-Eiche. Altersangabe ist leider keine dabei, aber durch das, dass er so hell ist, wir schätzen hier, ich schätze vielleicht drei Jahre, vielleicht ist er etwas älter. Wie alt er genau ist, drei Jahre auf jeden Fall, aber er ist wirklich sehr hell, Strohgelb würde ich hier bezeichnen. Natürlich macht er auch hier wieder seine Schiffsreise mit, wie der andere Kayo, was ich euch erzählt habe. Und zu Beginn haben wir gleich Jod in der Nase, wo anschließend eine Spur von Rauch folgt. Das Torf, dahinter kommt etwas Sandlholz und noch etwas Peren, Beeren. Für mich geht es in Richtung Himbeeren, Himbeeren, Erdbeeren die Richtung. Probieren wir mal, Alkohol. Ganz leicht beißt er in der Nase, Alkohol. Probieren wir mal. Für 46 Prozent ein schöner, weicher Antritt. Hier kommt gleich wieder Torfnoten. Sandlholz. Jetzt geht es vielleicht etwas Richtung Mandeln. Hier hat da hinterher so eine Richtung Sojamehl, die hier gehen. Abgang mittellang. Ein leicht fruchtiger, würziger Ausklang, würde ich hier sagen. Auch ein bisschen Sandlholz bleibt noch mit dabei. Was ich jetzt so gehört habe, kommt dieses Sandlholz-Aroma von der Mizonara-Eiche. Einen zweiten Rauch habe ich jetzt auch noch Iod. Aber diese schwachen Rauchnoten sind schon ziemlich weg. Sandholz bleibt noch, meine Himbeeren, Erzbeeren. Ja, ein interessanter, junger Mold. 46 Prozent passen wirklich sehr gut. Auch hier wieder Torfnoten, Sandlholz, Mandeln. Eine Malzigkeit. Der Abgang bleibt hier wirklich leicht, fruchtig, würzig. Ein sehr interessanter, junger Japaner. Wenn ihr mal ein Sample bekommt, könnt ihr den mal probieren. Ich finde, dass Kajo, man bleibt hier stehen am Schnee. Also ich finde, dass hier diese Kajo wirklich Potenzial haben. Mal sehen, wie dann das Ganze wird, wenn sie ins höhere Alter kommen. Aber auch hier die Jungen sind schon wirklich sehr interessant. Man kann sie wirklich mal schön trinken. Also 46 Prozent, schön eingebunden. Auch immer hier, leichte Fruchtigkeit. Sandholz, vielleicht sogar ein bisschen Mandeln noch hier. Ein sehr interessanter, junger Mold. Nicht schlecht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel er kostet. Aber wahrscheinlich, wer es ein Japaner ist, wird er nicht gerade so billig sein. Aber durchaus interessant. Ein leichter Bietet, also kein Extremer. Für Einsteiger in den Rauch ist auch geeignet. Also wirklich dezenter Rauch. Ja, nicht schlecht. Schaut es mal vorbei. Probiert es mal. Wenn ihr mal einen Sample bekommt, oder kauft euch mal eine Flasche. Macht eine Flaschenteilung. So, hier nochmal. Hier hat meine Frau sogar eine Brücke gebastelt mit einem See. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr es gemeint? Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017